Ach so geht das schneller verdammt habe ich das immer ganz falsch gemacht kann man hier irgendwas finden Irgendwas soll hier doch noch sein Ich bin verwirrt Keine Ahnung was ich mit der Flasche jetzt noch anstellen sollte Ach der der ja klar wegen den Fußabdrücken ich depp ich Ha Stimmen mit dem Müllbeutel vom Tatort überein Sehr schön Jetzt dann einmal die Schuhanalyse Mit ähm Wo haben wir das Da Ha Damit weiß ich nicht was ich noch machen muss Keine Ahnung Weiß nicht was der damit will Ich muss sagen äh dieser Fall hat jetzt Bisschen länger gedauert als die anderen ne Kann ich ein Haftbefehl für Alex Porterson bekommen Ich glaube so insgesamt sind wir hier ein bisschen länger dran als jetzt so In der Vergangenheit bis wir den Fall durch haben Wobei wir haben jeden Fall so mehr oder weniger momentan in 8 Folgen abgeschlossen Da kämen wir ja schon wieder auf 50 Folgen am Ende Wenn das so weiter geht Wow Oder? Ja Krass Warum sind die Dinge in ihrem Spinn mit Carys Blut durchdrängt? Ich bin sicher dass du mit ein paar wirklich interessanten Lachen für uns Alex Aber wir versuchen die Wahrheit Es sollte sehr interessant sein Sie sind Carys Kleine, okay Carys Blut Es ist alles Carys Wo ist Carys Knelli? Wenn du und Carys wirklich Freunde waren Kutterfamilie eine Pause Sie verdienen die Wahrheit Motel, in der Stadt Sie hat ihre Körper in einer Motel-Roll? Es hätte uns nicht lange gedauert, bevor wir sie gefunden haben Sie allein Sie nicht verstehen Sie sind einfach nicht so smart Ich arbeite wirklich sehr hart an es, Alex Ich versuche mich Sie ist nicht tot Carys Knelli ist nicht tot Nicht tot tot All das Blut Du meinst, dass du es noch nicht zusammengebracht hast? Ich meine, du hast den Jugg und die Knöpfe, richtig? Ich habe keine Carys Knelli Ich habe keine Carys Knelli Sie haben keine Knelli Ihnen zu verstehen Sie haben gesagt Carys wurde mit einem Schlüssel-Sprung Aber einen Angegenzigen Sie ist schön Und die Vater ist Und das hat sie Und alles Sie hat sie Tabloid Sie hat ein Schwer für Schwer Und sie hat mehr Knelli Sie hat eine Fisch-Bose Schmerzen Sie wollte eine einfache Aber ihr Vater wollte sie take auf den Casino A business Carrie hated Why Mr. Cannelli refused to consider Lucy Who for all her faults had worked hard for him I couldn't say Maybe Lucy wanted it a little too much And one day Carrie woke up And she had a dying daddy Waiting to burden her with more responsibility Than she could ever face Not to mention a sister Who hated her guts And an upcoming marriage that promised to make her The battered wife poster girl Lucy, her father, Dubois They all underestimated her Behind those blue eyes and that placid personality Carrie is a clever girl And she knew she couldn't just leave Or else Dubois and her father Would come looking for her She figured she only had one way out To fake her own death It would require some minor plastic surgery And a change of hair color And a lot of planning And a hell of a lot of nerve But she relished the thought Of putting one over on all these control freaks Just ruining her life So she met you, a male nurse With medical knowledge and a sympathetic style And the two of you saved her blood It must have taken months Ms. Seidel Ms. Seidel, you're a clever young woman yourself We drew out only a bit at a time We stored it in the juice jug you found in the freezer She slowly thawed it And then she splashed her blood around everywhere Creating a crime scene that would inevitably lead To her being declared dead Then she brought you her bloody clothes To destroy them in the hospital incinerator Yes, but then I screwed up Got busy at work Not daring to attract undue attention And haven't had a chance to get those clothes To the incinerator Particularly not with you people underfoot so much Then you beat me to them Why do I think it was your idea To use the knife to frame Dubois Well, you're correct about that, Captain That wasn't like Carrie at all Took some real convincing But I couldn't risk him coming after us Not with his temper And anyway, I convinced her that her murder Would be more real if someone paid for it And that abusing bastard deserved it I think she felt good about knowing He would never beat up on a woman again So what was the plan? After you fooled the world Into accepting Carrie's death? We're in love, Captain Neither one of us care a damn about the money Just... just each other She'd pulled enough out of her accounts To give us a start We're heading... Well, we were heading to Aruba To make a new life together Well, you won't need money Where you'll be going And you won't be together You see, just because Dubois Is a woman beating asshole That doesn't make it cool To frame him for murder What Motel? In what room, Alex? Ich habe es gesagt Ich habe es vorhergesagt Die neue Vermutung war richtig Deshalb damals die Eiskristalle im Blut Es gibt kein Gerinnungsmittel Weil es eingefroren wurde Eigentlich bin ich traurig ein bisschen darüber Dass wir diesen Fall gelöst haben Meister 55 von 57 Beweisen gesammelt Auch hier fehlen wieder Beweise Wir haben auch nicht... Wir haben drei Tatorte nicht völlig untersucht Ich weiß jetzt nicht Was da noch fehlte Wir haben diesen einen Beweis auch nicht fertig untersucht Ja gut Bin ich jetzt nicht so zufrieden wieder mit dem Fall Papas Sibling, aber... Es ist schade Ich hätte diesem Dubois gegönnt Für all seine Taten Dass der im Knast landet Und er versauert Und dass... Dass... Die beiden ihren Plan Eine glückliche Zukunft miteinander haben, aber... Sie haben uns unterschätzt Und damit sich grob geschnitten Bum bumm tsch Schlechter Übergangswitz Starten, laden, laden Ready for some fresh air? We may have a body waiting for us in the desert The caller was anonymous, but the directions were specific GPS coordinates no less Since it's a remote crime scene Take the mobile analysis unit It'll help you analyze the evidence quickly in the field And you'll be working with Greg Sanders Before you showed up He was the new kid on the CSI block His years of experience in the DNA lab Have proven very useful in the field Good luck Er war das neue Kind Weil er war... Er war unsere Laborratte hier an diesem Ort Und hat uns in der Vergangenheit Treue Dienste Und gute Witze geliefert Okay, even though this guy looks like he's been dead a while Well, there still may be some valuable information around There still may be some valuable information around Whoa Somebody beat us to this guy Oh Oh This isn't exactly a National Forest Service campsite This spot is used by college kids who like partying in the great outdoors Nobody checks your ID for a beer I know this isn't your first time out, but Grissom will have my hide if we don't follow strict procedure Which means document the body first Oh God, come back Vicks face up on a sleeping bag No sign he's been moved or of a struggle Could this be death by natural causes? Was hat die Ratte da verloren? Oh, hübsches Foto von unserem Opfer Und dann habe ich ja gerade schon bei der Analyse ein paar interessante Sachen gesehen Wie etwa hier dieses Feuerzeug Moins Dann Schuhe Slightly mummified with black discoloration Strange Das ist sehr seltsam, aber Da liegt doch eine Spritze oder sowas Jetzt Geh doch mal hier auf die Na, geht doch Moins So Was haben wir hier noch Schönes? Komische Flecken im Gesicht Iiii Maden Naja, Greg wird sich freuen Blowfly larvae If you were wondering what it takes to make Grissom smile This is it Third stage of development This means the body has been decomposing five days Ja, ich wollte eigentlich auch Greg Äh, also nicht Greg, sondern Gil sagen Also, Gil wird glücklich bei den Maden Well, something left to mark Hä? Na, komm So Haben wir sonst noch was im Gesicht? Naja, er hat er ja was im Gesicht nicht, wir aber gut So Dann Aha Na, was ist das denn da? Way to be thorough Looks like the area is clean Das ist eine seltsame Wasserflasche Ich würde ja mal sagen, hier hat jemand irgendwas ins Wasser gespritzt Mit der Spritze Wide tires Looks like a 4x4 Tread isn't fresh Not the best for matching Da hat jemand versucht die Spuren zu ver- äh, ne, jetzt bin ich völlig raus So, da hat jemand Gift in das Wasser reingespritzt Ja, danke Und äh, der hat's gesoffen, ist daran krepiert Und wir haben da den Beweis, aber das reicht ja nicht Warum auch immer es nicht reicht Gut, außer dass wir geblendet werden, gibt's dort nichts Dann haben wir ja hier noch das Zelt Scheint soweit erstmal in Ordnung zu sein Way to be thorough Looks like the area is clean Hm, ich weiß ja nicht, ob das so clean hier ist, aber gut, du musst es ja besser wissen Aha Ich sag doch Gepunschtes Trinken Ich hab' noch nie einen von diesen gesehen in einem Zeitraum Eine oldschool Insulin-Bottel Always nice to have a name written on a piece of evidence in a crime scene, huh? Okay, vielleicht kein gepunschtes Trinken Oh, ein Schuhabdruck Der gehört mir So, wir haben eine Brüse auf der Vorhine und eine Boot-Print in der Tent Vielleicht ein fellow Camper wackt den Vick neben der Hände, dann riefelt durch seine Gere Hörr Raubmord? Erscheint uns Raubmord logisch? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube eher nicht, dass wir hier einen Raubmord vor uns haben So, analysieren wir doch direkt mobil, was wir This is my first time using a mobile analysis unit in the field Imagine our whole lab in your trunk Where was this when I was a lab rat? Ja Ähm Jetzt Ich freue mich so auf Greg, dass ich ganz durcheinander von ihm gebracht werde hier Das geht ja mal so gar nicht, weiß der Ähm, 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 ähm Ähm Da ist ein Lippenstiftabdruck, eindeutig Es hat eine Frau geraucht Äh, da Zack Sucht Lipstick für sicher Aber du weißt, wie viele Fläuern da sind? Lass mich euch erzählen Tausende Olde lab-Story Oh, er musste wahrscheinlich mal Lippenstift vergleichen Übereinstimmung gefunden, Resultat gewöhnlicher Lippenstift Details 40% Wasser, 5% Farbstoff Hm Oh, die Spritze funktioniert auch hier Cool Insulin Vielleicht war Arvik ein Diabetiker Ja 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 Ja